Wir wollen uns zusammen mit euch die Wartezeit auf Indie 5 verkürzen. Und ihr entscheidet wie. Denn wir wollen uns zusammen einen der einzigen drei Indiana Jones Filme anschauen. Die Keule wieder. Ja, die Keule wieder. Also, ey, sagen wir es einfach so wie es ist, die machen halt Spaß. Ja, der andere Film, von dem es angeblich eine Version gibt, von der ich aber auch nicht so wirklich viel weiß, da muss ich jetzt sagen, die haben wir hier schon mal geguckt, beziehungsweise wir zwei haben die schon mal zusammen geguckt. Das wäre ein bisschen öde, wenn wir den nochmal gucken müssten. Deswegen entscheidet euch einfach für einen von diesen drei wundervollen Filmen. Eins, zwei oder drei. Ja, Jäger des Verlorenen Schatzes, Tempel des Todes und Der Letzte Kreuzzug. Ihr dürft frei wählen. Und dann gucken wir uns den an und mit euch zusammen und haben hoffentlich jede Menge Spaß. Und ja, wir kürzen die Wartezeit auf Indie 5. Schreibt es in die Kommentare und der Film, der am häufigsten genannt wird, der wird es. Vielen Dank. Tschüss.